Hallo allerseits! Ich bin mal wieder auf der Spielwarenmesse auf der Neuheitenschau hier in Nürnberg und schaue mir hier gerade von KOSMOS den neuen Proxy-Bausatz mit einem Roboter an. Und ich bin hier bei Silke Ruhr von KOSMOS. Die haben sich diesen Roboter einfallen lassen. Und dieser Roboter ist als Spiel-Programmier-Lernroboter gedacht oder wie ist der vorgesehen? Ja, also der Proxy ist ein Programmier-Roboter. Das heißt, Kinder ab 10 Jahren können damit ganz gut programmieren lernen. Und da gibt es ein kleines Handbuch dafür, das sehr ausführlich ist. Kleine, aber sehr ausführlich. DIN A5 Format mit vielen, vielen Seiten. Ja, ganz genau. Das ist uns ja immer wichtig, dass wir wirklich auch eine sehr gute, didaktisch gut aufbereitete Anleitung mit liefern mit unseren Experimentierkästen. Und beim Proxy ist das Besondere noch, dass erstmal eine kleine Abenteuergeschichte noch einführt in diese Geschichte, die die Kinder dann mit ihrem programmierbaren Roboterfreund erleben können. Also der Proxy taucht hier in dieser schön gezeichneten und bunt illustrierten Geschichte auf. Das heißt, die Kinder erleben hier gemeinsam ein Abenteuer, in der der Proxy dann auch eine Rolle spielt. Und so werden sie ganz spielerisch dann herangeführt an das Thema Zusammenbauen, Konstruieren, Experimentieren und auch Programmieren. Und dann muss ich den komplett zusammenbauen? Das sind hier über 100 Einzelteile? Ganz genau. Also das dauert eine Weile. Es bietet sich auch an, dass die Eltern da ein Stück weit mithelfen, weil es durchaus auch eine anspruchsvolle Konstruktionsaufgabe ist. Das ist es aber auf jeden Fall so. Vorbereitet und gedankt, dass Kinder 18 Jahre dann wieder mit dem Stück kommen. Positioniert ist ja vom Alter 10 bis 16 und damit eigentlich dann auch große Kinder, Erwachsene werden damit sicher auch spielen. Auf jeden Fall. Weil man ja dann Programmierungen abfolgen, programmieren wird und verschiedenes mehr. Und die Programmierung selber können wir uns nochmal anschauen. Da gibt es ein Herzstück im Kopf versteckt. Das ist hier diese BBC-Microbit-Platine, nennt sich die. Wurde entwickelt in England von der BBC vor allem auch mit dem Ziel, dass Kinder leicht programmieren können. Und die hat dann eine USB-Schnittstelle und wird dann vom PC aus programmiert? Genau. Das sieht man hier. Wenn man dann nochmal von oben drauf schaut, ist die Schnittstelle, sodass man dann die Daten da auch überpasen kann. Und dann ist hier noch ein Display, ein kleines vorhanden mit einigen Bits mit 5x5, so wie ich das sehe, als Matrix. Die man einerseits programmieren kann, die andererseits auch Gesichter zeigen kann, verschiedene Symbole einblenden kann. Und ansonsten programmiere ich den dann am PC per Kabel und steuern kann ich ihn per App und vom Prinzip ja ... Man kann ihn laufen lassen, man kann ihn sich drehen lassen, er kann tanzen, singen. Und er kann sogar Schere, Stein, Papier spielen mit einem. Wie macht er das dann? Er erkennt dann selber, was man als Bewegung macht? Er erkennt es nicht, aber der Mitspieler kann dann durchaus gegen ihn spielen, weil er dreht sich dann um sich selbst, während er überlegt, welches Symbol er dann spielen wird. Also Schere, Stein oder Papier. Und während dieser Wartezeit kann das Kind und der Mitspieler natürlich auch überlegen, sodass man dann wirklich auch gemeinsam spielen kann. Die Fernbedienung dann und Fernsteuerung läuft per App mit einem Smartphone oder mit einem Tablet und läuft dann per WLAN oder per Bluetooth? Das müsste per WLAN sein, das weiß ich aber nicht ganz genau. Die Markteinführung ist im Juli etwa? Genau, im Sommer. Und der Preis wird ungefähr sein? Der UVP liegt bei 119,99 Euro. Und zusätzlich zum Display gibt es auch verschiedene Sensoren in diesem Proxy, die er dann zur Erkennung von Hindernissen und verschiedenes mehr machen kann? Genau. Also der Proxy erkennt zum Beispiel meine Hand und kann meiner Hand folgen. Er hat einen UV-Infrarot-Sensor und was auch wirklich toll ist, er kann auch Temperatur anzeigen. Das heißt, man kann ihn auch als Thermometer ins Kinderzimmer mitnehmen und einfach mal schauen, wie warm oder wie kalt ist es denn im Winter. Die Temperatur zeigt er dann auch direkt über sein Display im Gesicht an. Halt vereinfacht läuft er wahrscheinlich als Laufschrift. Genau. Und ansonsten gibt es noch ein Soundmodul, mit dem man verschiedene Geräusche wiedergeben kann? Ja, man kann sagen, er gibt Geräusche von sich oder er singt. Also er hat unterschiedliche Töne, die man programmieren kann. Und letztendlich ist es dann fast schon ein Singen und Tanzen, was der Proxy machen kann. Ja, dann gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die man dann spielerisch die nächsten Jahre, während man den Roboter hat, ergründen kann. Zur Stromversorgung hat er ein Batteriekästchen, in das insgesamt vier 3A-Batterien reinkommen, habe ich mir vorhin schon angeschaut. Und ansonsten Programmierschnittstelle, schauen wir uns hier nochmal an, ist dann die Standard-Micro-USB-Schnittstelle. Das war's mit dem Ausflug zum Proxy auf der Neuheitenschau der Spielwarenmesse und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal mal wieder besuchen würden. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne. Danke. Danke.